Ja, dann fange ich mal an. Mein Name ist Florian Boko, ich komme aus Sachsen. Ich habe das mit der Versammlungsleitung und Moderation schon ein paar Mal gemacht. Und ich bin jetzt hier, um Fragen zu stellen. Als erstes begrüße ich den Lenz da und ich gebe ihm erst mal zehn Minuten, sich vorzustellen. Ja, ich bin Andreas Breitschow, besser bekannt als Lenz da. Da habe ich keine Zeit, dann breche ich mich jetzt ab. Nein, Scherz. Ja, ich erzähle es schon häufiger, ich mache es nochmal. Ich bin 2009 zur Gründung des Landesverbandes in die Piratenpartei eingetreten. Ich habe die Partei vorher etwa ein halbes Jahr beobachtet, geguckt, was die machen, mir das Programm durchgelesen und dann gesagt, ja, das ist interessant, kannst dich mal engagieren. Und der letztendliche Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ich dann auch eingetreten bin, das war dieses Stockschildgesetz. Ja, seitdem bin ich aktiver Einzelkämpfer in Bernburg. Ich mache, was halt geht, über das Internet und immer den Kram, den sonst keiner machen will, vor allem Geschäftsordnungen und sowas, Satzungsanträge durchlesen, lektorieren. Und ansonsten bezeichne ich mich selbst immer gern als Denker. Ich bin jemand, der aus vielen verschiedenen Richtungen die Sachen zusammenzieht und daraus was passt. Okay, das war kurz. Dann stelle ich dir jetzt auch, wie allen anderen Kandidaten nachher, die fünf Standardfragen und du hast jeweils zwei Minuten, sie zu beantworten. Die erste Frage ist, welche Eigenschaften unterscheiden dich von den anderen Bewerbern, die dich qualifizieren, einen oberen Listenplatz zu bekommen? Ja, also da müsste ich natürlich erstmal ganz genau wissen, was die anderen Kandidaten für Eigenschaften haben. Das ist ein bisschen schwierig. Ich denke mal, den meisten wird so gehen, dass sie auch über sich selbst nicht alles Bescheid wissen. Jedenfalls, ich bin, wie gesagt, jemand, der sich viel mit diesen rechtlichen Sachen von Geschäftsordnungen und sowas alle schon auseinandergesetzt hat. Ich bin jemand, der Text auseinanderpflücken kann und daraus auch gucken kann, was ist wahrscheinlich gemeint, was wird so versteckt. Und ich denke mal, das wäre im Gesetzgebungsprozess doch ziemlich nützlich. Und allgemein bin ich mit Texten gut und versuche da immer, meine Fähigkeiten einzubringen. Formulieren kann ich auch ganz gut. Und ich hoffe, ich habe noch weitere Fähigkeiten, die ich in das Amt einbringen könnte. Aber das müsst ihr dann alle auch selbst mit entscheiden, ob ihr mich in den verschiedenen Bereichen für fähig haltet. Hast du dich schon darauf vorbereitet, als Kandidat der Piraten Sachsen-Anhalt anzutreten? Und wie sieht diese Vorbereitung aus? Ja, also am Anfang steht natürlich erstmal das Überlegen. Kann man sowas machen? Traut man sich das zu? Da habe ich ein paar Monate drüber überlegt und mich dann, wie es bei mir üblich ist, zum Jahreswechsel dazu entschlossen zu kandidieren. Was jetzt so das direkte Abgeordnetensein betrifft, da kommt dann manchmal die Frage nach den Ausschüssen. Ich habe mir jetzt nicht im Einzelnen angeguckt, welcher Ausschuss es alles gibt, diese Riesenliste. Die ändern sich ja auch ständig und letztendlich kommt es darauf an, dass man seine eigenen Themen auch in den Ausschüssen mit reinbringt und durchsetzt. Und ansonsten habe ich mich halt bei der ehemaligen Landtagsabgeordneten hier Barbara noch informiert. Ich habe da ja auch gesagt, dass jeder einen Text schreiben soll für alle Kandidaten. Das war ganz nützlich. Und ja, ich weiß, dass das ein Riesenhaufen Arbeit ist und viel Stress. Und aber, ich denke, du schaffst es. Nicht jeder hat nur Freunde. Daher würde mich interessieren, wie du dafür sorgen willst, dass dich auch Leute unterstützen, denen du in der Vergangenheit auf die Füße getreten bist, beziehungsweise die du vielleicht auch mal persönlich angegriffen hast. Ja, also ich denke nicht, dass ich jemandem schon so sehr irgendwie auf die Füße getreten bin, dass er sich den Fuß gebrochen hat. Aber natürlich gibt es immer wieder Unstimmigkeit mit Leuten. Und viel passiert auch einfach dadurch, dass man sich auf einer E-Mail zum Beispiel dann missversteht. Da muss man mit den Leuten reden. Und ansonsten ist die Frage nach der Motivation die große Frage, die uns alle umtreibt, wie kann man die Leute dazu bringen, verschiedene Sachen dann auch zu erledigen. Ich habe ein paar Sachen schon mal ausprobiert. Einige haben geklappt, ein paar andere nicht. Und ich hoffe einfach, dass ich mit persönlicher Ansprache dann auch die Leute dazu kriege, dass sie sich auch für unsere Ziele, für die sie auch in die Partei eingetreten sind, wieder mehr einbringen als in den letzten paar Wochen. Du möchtest als Sprachrohr der Piratenbasis in den Bundestag einziehen. Wie schätzt du eigentlich dein Verhältnis zu der Basis ein? Als erster Meinung ist man nicht nur Sprachrohr der Piratenbasis, sondern ist verantwortlich für mehr als 100.000 Leute. Und was das Weitergeben betrifft, ich denke mal, ich bin trotz meines Einzelkämpfertums in Bernburg nah genug dran, dass ich weiß, was das Piratenherz so bewegt. Und ansonsten bin ich ja immer offen für Vorschläge, die man dann auch einbringen kann. Und ich denke, dass ich hier keine großartigen Kommunikationsprobleme habe. Wir haben ja die Gewissensfreiheit der Abgeordneten. Wie würdest du mit der Situation umgehen, wenn es zwischen der Basismeinung und deiner persönlichen Meinung Abweichungen gibt und du vor einer Abstimmung stehst? Also das Grundgesetz ist da ziemlich eindeutig. Der Abgeordnete unterliegt seinem Gewissen. Ja, also generell ist es so, dass bei Abstimmungen erst mal das Parteiprogramm ausschlaggebend ist. Wenn ich dann aus welchen Gründen auch immer große Gewissensbisse habe, muss ich natürlich nach meinem Gewissen entscheiden. Aber das muss dann natürlich auch sehr gut begründet werden, warum man jetzt diesem Parteitagsbeschluss beispielsweise widerspricht. Bis jetzt gibt es, soweit ich weiß, kein Programmpunkt, mit dem ich nicht zumindest halbwegs mitgehen könnte. Was an sich schon ein bisschen überraschend ist mit unserem doch recht umfangreichen Programm. Und ich denke, es wird auch in Zukunft nicht so stark von meiner persönlichen Meinung abreichen, was so beschlossen wird. Das waren die Standardfragen und jetzt bitte ich um die Fragen aus dem Pad. Die stellt wer? Keine Fragen. Es gibt keine Fragen aus dem Pad. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu der Situation. Ich habe hier vorbereitet einen Umschlag mit Fragen und da bitte ich dich jetzt eine zu ziehen. Was hältst du von unserem Grundsatzprogramm? Gibt es da einen Punkt, der dich stört? Habe ich ja schon fast beantwortet. Also generell gibt es keinen Punkt, bei dem ich sagen kann, damit kann ich überhaupt nicht leben. Ein bisschen Probleme habe ich mit dem Drogenprogramm, aber da kann man auch wieder sagen, da muss ich mich raushalten. da ich da absolut keine Erfahrung habe. Ich trinke ja nicht mehr Alkohol. Von daher, ja, also es gibt wirklich keinen Punkt, wo ich sage, das geht überhaupt nicht. Dann nehmen wir mal den anderen Umschlag. Zwei. Was sagt deine Familie so deiner Kandidatur? Das kann man eigentlich in einem Satz zusammenfassen, sucht ihr lieber eine vernünftige Arbeit. Ja, das war es wirklich schon. Okay, gibt es mittlerweile Fragen im Pad oder aus dem Publikum? Gut, dann machen wir einfach weiter mit dem Fragenzug. Was hältst du von einer Karenzzeit nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag? Ja, also das ist jetzt wirklich eine Frage, die ein bisschen kompliziert ist. Grundsätzlich halt ist nichts davon, wenn man sagt, dass ein Politiker dann drei Jahre lang überhaupt nichts arbeiten darf. Was natürlich für mich klar ist, dass ein Politiker, der in seinem Bereich beispielsweise in der Gesundheitspolitik irgendwas entschieden hat, nicht sofort bei einer Pharmafirma anfängt, sondern dass da halt zwei, drei Jahre dazwischen liegen müssen. Es ist natürlich schwierig, das irgendwie ganz genau festzulegen, vor allem, wenn sich dann Leute, wie es meistens ist, als Unternehmensberater niederlassen, da dann zu sagen, du hast für dieses Unternehmen in dieser Politikrichtung irgendwas entschieden, jetzt darfst du für diese Unternehmensrichtung nicht beraten, das ist auch wieder schwierig. Also generell bin ich für eine Karenzzeit, die man das allerdings wirklich umsetzt, ist noch keine feste Meinung. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Nenni, Frage an dich. Wir haben ja eine Wahlbeteiligung von ca. 50%. Das heißt, 50% der wahlrechtlichen Bürger haben sich aus der Demokratie, sage ich mal, inhaltlich verabschiedet, könnte man sagen. Wie kann man die Leute wieder dazu bringen, die Demokratie und unsere Gesellschaft damit zu gestalten? Also grundsätzlich ist Demokratie ein Recht, aber auch eine Pflicht, der die Bürger dann auch selbst nachgehen wollen müssen. Wie man sie dazu bringt, das auch zu wollen, das ist die ganz große Frage. Es gehört auf jeden Fall auch eine echte Demokratieerziehung dazu. Es gibt den schönen Satz, dass Demokratie die komplizierteste aller Staatsform ist und erlernt werden muss. Und ich denke, das trifft tatsächlich zu, man muss Demokratie erlernen und auch regelmäßig ausüben, um darin geübt zu werden. Die Schweiz macht ja regelmäßig Volksabstimmung, da funktioniert das dann auch. Wie man das jetzt in Deutschland, die Wähler zumindest erstmal an die Urne bringt, ist natürlich die ganz große Frage. Das versuchen alle Parteien seit Jahren verzweifelt. Sie sagen dann immer, man muss die Leute mit den Themen auf der Straße abholen, aber wie man sieht, funktioniert das auch nicht so richtig. Ich denke wirklich, man muss die Leute auf irgendeinen Weg dazu bringen, sich wirklich selbst einzubringen, dieses Demokratie lernen und auch ausüben. Und das möchte ich jetzt auch mal den Piraten sagen, so direkt ins Auge, in die Kamera. Demokratie ist wirklich auch nicht nur ein Recht, sondern eine Pflicht, die man wahrnehmen muss. Und da sollte man sich auch tatsächlich anstrengen. Das liegt mir sehr am Herzen. Haben wir andere Fragen aus dem Publikum oder aus dem Pad mittlerweile? Gut, dann machen wir weiter mit dem Ziel. Wer ist denn die letzte, oder? Achso, du musst eine Frage stellen. Hast du in der Vergangenheit schon bei öffentlichen Wahlen kandidiert? Nein. Das ist wieder eine Frage, die man so ganz kurz abgeben kann. Ich habe noch nicht kandidiert. Ich war auch noch nicht in einer anderen Partei für den Piraten. Ich war politisch interessiert, habe mich aber nie irgendwie engagiert, bevor ich halt bei den Piraten eingetreten bin. Ich war auch nicht nur froh. Boah.